I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming Oder ich lock auszug auf der Xbox COD Team's got my soul Morrow while a rainbow Flieg mein Playflow und erledig dich problemlos Es ist ein weiter Weg bis das Tisch Level 10 Und Kill für Kill sammelst du deine EP doch So, letztes Gwinnsticktag und dann geht es Zocken an, wirklich Schon wieder dieser scheiß Filter Danke Was zockst? Paranormal Activity Die habe ich mir gestern gekauft, mal schauen wie es ist So oft zahle weniger, bitte Ich wusste nicht, dass es das Spiel gibt, aber die Filme sind top Ich habe es auch nicht gewusst, bis gestern mein Bruder gesagt hat, dass es das gibt Und haben einen Trailer angeschaut, ja nicht so schlecht Hast du gewusst, dass das ein Mädchen ist? Nein, habe ich nicht, ich war mir nie sicher Ich meine, jeder kann sein, was er will Aber ich war mir halt nicht sicher, was es ist Alter, wie lange geht denn das schon wieder? Was zockt dein Bruder gleich gerade, wieso streamt er nicht? Ja, wow zockt er Ja, was soll er streamen, Alter? Ja, ich habe ihn eh schon gesagt, du zockst eh fast den ganzen Tag, ja der Stream Meint er, es gibt schon so viele Streamer, das wird nichts bringen, sag ich ja, wenn es meins Einfach nur eine Ausrede Sicher, es gibt genug Streamer, aber Und es ist halt auch Arbeit dahinter Du kannst nicht einfach zocken, wie du privat zockst, sondern Du musst halt schon nebenbei auch reden und so, aber ja Ich hätte mir vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass ich einen einzigen Cent mit Twitch verdiene Jetzt habe ich, neuer Jahr hat sowieso super angefangen 20 Euro circa noch, ein bisschen mehr, 25 Euro, dann Mein ersten 100 hat direkt was mit Twitch auszahlt Ja, jetzt, erstes Jahr ist um und jetzt fängt es erst richtig an Sicher gibt es Leute, die was halt mehr Entertainment haben, die was schneller wachsen, aber ja Ja, wir werden so viele Liebhaber, da wird es schon laufen Und er ist ja, was ich mich so erinnere, extrem gut darin, oder? Ja, das auf jeden Fall Wie gesagt, es ist halt nicht das zocken, wie man privat zockt Ich habe jetzt auch ein paar Spiele, das habe ich mir Früher habe ich gesagt, ja wenn ich schon zock, dann stream ich das geben auch Aber jetzt zum Beispiel Watch Dogs oder Assassin's Creed Valhalla, stream ich nicht Das will ich einfach für mich privat zocken Alter wild Bitte Ich bin wie ich bin Brutal wie lange es schon WoW gibt Ja Die anderen können nicht Du bist meine Wahl Alle anderen sind doch von uns Here comes the money Here we go Money talk Here comes the money 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 Danke Phil Im letzten Monat insgesamt Jetzt schon 20, 25 Euro donated Wahnsinn I hear I will always love you Sehst schon kommen 20, 21 wird mein Jahr Mach dich raus hier Mach dich für meine Couch Ich habe mir diese Gippe Das ist ja geile Gippe Ich habe gesagt, ihr kriegt von mich nicht mehr Wer bist denn? Ida, ich will keinen TikTok mehr sehen Hi, hi zusammen, wie cool ist das denn? Eine originale Sprachrechtenfunktion ist jetzt da Komm wir hören wir Bye bye zusammen Hallo gemeinsam Warum geht das denn nicht? Das ist ja sehr schade Bye bye zusammen, tschüss Mein Körper ist schon ansehbar Denn als ich angefangen habe War hier Schwabbel Da Schwabbel Aber jetzt bin ich Sexy Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument Meerrettich ist auch kein Instrument Warum schon wieder die, Alter? Ja Das ist ja auch Ab Beziehungsweise kein Filtersacker Ja Da bin ich mir noch nicht ganz sicher Aber Schaut nicht nach Filters Alles abgefuckte Fotzen Arschloch, hier Arschloch da Fickt euch alle Tralala I don't care Scheiß drauf Deine Liebe, Mann ich scheiß drauf Ich bin mehr wert Das ist ein Gottverdammtes Cryout Ruf dich nie mehr wieder an In der Nacht Du wirst mir egal Und ich schreib's auf Kann das jetzt bald vorbei sein, bitte? Also paar von euch wissen vielleicht schon, dass ich mir unbedingt geschlossen habe Nein, nicht der Der weiß jetzt schon 5 neue Accounts hat, weil einfach sein Hype vorbei ist Seine Ausrede Ja, auf meinen Hauptaccount bekomme ich keine Klicks mehr Ich komme nicht mehr auf die 4U Ja, dein Hype ist vorbei Kannst du noch 5 Accounts machen Und Irja feiert das überhaupt nicht Und jetzt Guckt euch das Ganze ab Sie hat zu mir gesagt Ich hoffe, dass dein Ohrring sich entzündet Ja, das kommt doch vorne Denn jetzt hat ihr Ohrring sich entzündet Und Also ne, Spaß jetzt Irja, ich hoffe, das wird schnell wieder gesund Sieh dich schon mal aus, wir müssen reden Man Und nach dich schon mal rein fürs Diskutieren Sieh dich schon mal aus, wir müssen reden Chicken wing, chicken wing Chicken wing, chicken wing Hotdog and Ballone Hotdog and Ballone Hotdog and Ballone Filme ich nicht ausziehen Hotdog and Macaroni Chillin' with my homies Chillin' with my homies Chillin' with my homies Stopp Hast du jetzt wirklich gedacht, es kommt mal wieder ne Slowmo? Nein Ok doch Danke Danke